Ich hatte heute einen Albtraum. Ich habe irgendwelchen Nachbarn was erzählt und dann haben mich irgendwelche Punks angegriffen und halb zu Tode geschlagen und ich habe irgendwie überlebt aber irgendwie was mit multiplen Organschäden und total verkrüppelt und ich habe es geschafft den Typen der mich halt halb zu Muß gemacht hat irgendwie dann auch zu töten aber ich glaube ich habe ihn in verschiedene Teile zerlegt oder zersägt oder einfach zerrissen und der ist dann ausgeblutet wollte ich